Herzlich Willkommen zu einem weiteren Part Final Fantasy, ja, ich kann es einfach nicht lassen, diese tolle Spiele zu spielen, also zu suchten wohl eher, und von daher machen wir jetzt einfach erstmal weiter. Ich weiß, dass wir in zweifelsweilen diese Passage nochmal spielen müssen. Oh, da war irgendwas in meinem Mund. Es ist immer noch nicht besser geworden, naja, was soll's. Ich sag's so, ich bin nicht betrunken. Ich denke, ich habe Träger in die Arbeit, okay, aber auch kaum ist das schlecht. Okay, ich kann da jetzt auch gerade nicht rein, das hat er blockiert natürlich. Ich glaube, da hinten, äh, das Haus, das glaube ich, ist, ähm... Das Ding ist, also das, äh, das Haus vom Bürgermeister, wo wir hin müssen. Hier kann man nämlich, glaube ich, einkaufen. Du was! Hier könnten wir auf jeden Fall den schon besser machen, das finde ich jetzt wirklich gut. Ach, schade. Achso, sie hat den ja schon. Und somit haben wir wirklich jetzt alle Mesmeritze-Klinge. Ich glaube, das ist aber Mesmerfitze oder so genannt. So, ey, was macht er hier? Hey du, du fischt gerne, oder? Na klar. Genau, schau doch mal, wie das ich so drauf habe. Na, dann zeigen wir mal. Und... Oh, das ist immer, was das Laden stellt. Und dieser wird nicht dran. Wenn er angeben will, passiert immer so etwas. Komisch. Wieso fliegt eins nach hinten? Hm, vielleicht ist das Gewicht zu schwer. Sag mal, hast du einen getroffen, der am Kran gefischt hat? Er kommt doch gerade aus der Richtung. Ja, ich habe jemanden gesehen. Im Ernst? Und wie war er so drauf? Oh, er war richtig cool. Ja, ich bin sein Lieblingsschüler. Ich werde auch einmal so wie er. Als der Garten kollidiert ist, hat er bis zum letzten Moment gefischt. Ist das nicht cool? Wir beide verstehen uns ja prächtig, coole Sachen. Ich werde mich in Zukunft noch mehr anstrengen. Und... Hopp! Kabumm! Rack! Du willst mich verruinieren? Fahr hinaus, wenn du angeln willst. Hey, Alter, ich mache doch keine gefährlichen Sachen. Ein wenig Talent habe, Herr. Schaut doch her. Und... Hopp! Es wird doch nichts passieren. Was zum... So ist das also. Komm mir bloß nicht damit. So ein Mist. Der Faden hat sich verwickelt. Mist! Lass mich runter! Lass mich runter! Aua! Wow, das ist doch echt cool. Tja, 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 tja. Es ist ja gar nichts passiert. Du! Verdammter! Amateur! Wie gemein, sag doch sowas nicht. Ich glaube, die Leute hören mich alle. Ach, wenn ich spiele, oh je. Kann ich noch was sagen? Übung macht den Meister. Das ist auf jeden Fall sehr witzig. Und Schell hat sich natürlich wieder aufgefüllt in der Zeit. Das ist ganz gut. Ähm... Nö, aber ansonsten brauche ich erstmal nichts zu machen. Das heißt, wir gehen jetzt erstmal weiter. Soll ich nochmal mit ihr... Hallo? Hallo? Ups, sorry. Ich bin nochmal nicht englisch, sondern nur Schreckhals. Okay. Oh, wir haben ja eine neue GF. Das ist mir gar nicht... Das würde total entfallen. Du kannst mal heilen lernen. Aber damit sie das auch lernt, muss ich sie natürlich koppeln. Und dann... Ta-da. Ihr hasst mich alle, weil ich suche durch die Pfeife. Und danach werden die wirklich dann halt aufeinander abgestimmt und verteilt. Ach, ich kann ja gar nicht so lang. Ich dachte gerade, das wäre das Haus. Nein, was soll's. Oh, ganz viele Katzen. Ist die Katze nicht süß? Ja. Hast du hier? Na? Hallo? Schönes Wetter heute. Wollen wir nicht Karten spielen? Nein. Oh, das war auch ein guter Job. Oh. Mach ich hierher? Das hätte ich nicht gedacht. Naja, aber hier ist schon Ende Gelände. Ja gut, dann gehen wir jetzt erstmal ohne... Ja, ich kann doch gar nicht weiter reden. Dann gehen wir jetzt erstmal ohne Umschweife zum Bürgermeister und entschuldigen uns für die Sache. Na? Hm, 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 hm. Hm, 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 hm. Hm, 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 hm. Na? Die Sachen dort habe ich vor langer Zeit von den Schumis bekommen. Mhm. Als Schöpfe haben wir uns blendend verstanden. Warte mal, da wollte ich nicht rausgehen. Oh, wieder weit wollte ich mehr. Kann man hier nicht hoch? Warte mal. Kann man nicht hoch? Nein, 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 nein. Hat er nicht mal was gesehen. Ein alter Timerman jetzt gefunden. Und gelesen. Ich dachte, du bist der Bürgermeister. Das ist hier die Reparaturwerkstatt. Du hast dich ja repariert. Dein Hirn, deine Persönlichkeit. Wo bist du? Hä? Aber ich soll doch... Hier sind sogar hier wie in Resident Evil. Hä? War das nicht hier irgendwo? Oder muss ich noch weiter nach oben? Nee, so eine Schranke. Ich weiß es nicht. Jetzt habe ich mein Telefon angelassen. Das wollte ich natürlich nicht. Hä? Wo ist denn da das Haus davon? Oder ist es doch dieses hier? Aber da kann ich ja nicht weiter. Wo ist denn das Haus? Der Meister blablabla. Ja, das haben wir schon. Verwandelt. Ja, ja. Ja, Mann, wir sind noch nicht so weit. Sorry. Wo war denn das Haus jetzt? Das weiß ich gar nicht mehr. Wieso macht der Meister? Also hier passiert auch nichts Großartiges mehr. Wo ist das denn? Sag doch, ich bin nicht getrunken. Lass mich da rein. Hä? Ach, das ist ja da unten. Oh shit, ey. Ich habe mich wirklich total... Total vertan. Aber ich will jetzt einmal kurz speichern. Wow, ey. Wie kann man denn... Kann man das denn vergessen, dass das da ist? Hm. Genau. Aber ich habe mir was ganz Leckeres gemacht heute. Also ich habe mir so... Bei uns im Markt habe ich mir so... Holunderblüten-Sirup gekauft. Und... Ja, der schmeckt ganz schön lecker. Muss man echt sagen. So hier ist nämlich das Haus des Bürgermeisters. Und ich dachte... Da oben, Mann, bin ich doof. Nee, aber hier ist das... Nee, aber hier ist das... Ich will nicht unhöflich sein, aber... Wollen wir sie abreisen. Au, das ist ja ziemlich direkt. Sobald der Garten abflugbereit ist. Wann soll das sein? Wissen wir noch nicht. Wir wissen nicht einmal, wie der Garten überhaupt funktioniert. Ich werde einen Techniker beauftragen. Er wird die Reparaturen ausführen. Ein verstanden? Ein Aussichter soll in den Garten retreten. Das kann ich von dir alleine entscheiden. Wenn ihr keine Befugnisse habt, solltet ihr es vorher absprechen. Ähm, wieso wollen sie das denn so schnell loswerden? Oh, die werden schon ihre Gründe haben. Es interessiert mich im Grunde nicht. Ihr seid eine Gruppe von Bewaffneten. Löst ihr nicht Probleme mit Gewalt? Das widerspricht unseren Grundsätzen. Wir glauben fest daran, dass wir nach Probleme durch Gespräche lösen können. Wenn man sich gegenseitig verständigt, sind Kämpfe nicht notwendig. Da hat sie recht und gerecht sie hat. Gewalt ruft Gewalt hervor. Deswegen möchtet wir nicht, dass ihr hier bleibt. Kommt, wir gehen zurück. Solches Wagen? Du scheinst die Regeln zu hängen, die in dieser Gegend ungebräuchlich sind. Nehmen wir doch einfach die Galbadia-Regeln hinzu. So. So. Dann sind wir auch wieder hier. Ich habe jetzt mal ein bisschen schneller gehört. Das hat mich so aufgeregt. Ich muss jetzt nochmal neu starten. Small, willst du ihnen nichts sagen? Ich muss was sagen. Hä? Was soll ich denn so sagen? Wir sind eben nicht überall willkommen. Germanische Truppen! Okay, wir sind schnell. Wartet! Die Galbadia haben es doch auf euch abgesehen. Ja, vielleicht. Ihr seid dafür verantwortet. Sie können ja schon kämpfen, aber sie könnte das ruhig etwas freundlicher sagen. Flo, du darfst dich erwarten. Außer kämpfen können sie. Das kann man auch wirklich mal sagen. Man kann alles so reden, wenn das bloß so wäre. Ihr seid dafür verantwortlich. Ja, ja. Wir müssen jetzt hier hinlaufen. Gekoppelt und so haben wir ja alles. Haben wir schon erledigt. Und dann haben wir natürlich noch ein bisschen was zu tun. Es ist zwar ein Arsch, aber wir müssen ihm helfen. Wenn die Galbadia es nur auf den Garten abgesehen haben, hat der Alte nichts zu befürchten. Worüber reden sie gerade? Wie oft muss ich das noch sagen? In dieser Stadt gibt es kein Mädchen, das Elion heißt. Alien? Wir werden dann die stolze Stadt abfackeln. Wirklich? Wir kennen keine Alien. Wie auch immer, die Stadt wird niedergebrannt. Viel von Idea. Bitte nicht! Willst du als erster sterben? Wir schreiten ein sofort. Ich wusste es, Skoll! Wer seid ihr? Wir sind die Seeds. Hey, ihr seid Seeds? Ich hole das Eisenkrat. Es ist ein Zeit, aber wir kennen leider keine anderen Methoden. Skoll! Das ist ein alter Sessel, das tut mir total leid. Das wäre auch lustig. Ähm, oh. Erstmal so ein bisschen gucken, was sie haben. Guck. Guck einer an. Naja, wir wollen es jetzt nicht übertreiben. So. Ja, ja, komm. Das war doch ein Witz, Leute. Was ist das? Oh nein, ein alter Wiederbek... Ein alter Wiederbekannter. Ein alter Bekannter, den wir bekämpfen müssen. Check, ob das Mikrofon da ist. Was ist denn da? Ein Schnelldurchlauf erledigen. Okay, Schnelldurchlauf. An! Warte mal, hat er irgendwas? Stopp! Oh, hier kann ich Stopp lagern. Das ist natürlich cool. Warte. Warte. Oh, das hätte ich jetzt auf Skoll eigentlich machen wollen. Okay. So, ich glaube, wir müssen auch noch irgendwas rauben. Deswegen, ich mach mal langsam gerade. Ich mach ein bisschen langsamer. Da gibt's nichts zu klauen. Na gut. Uiuiui. Ja, also ganz ehrlich, bei ihm mach ich das. Da werde ich zu weit die Sachen sammeln. Und auch, äh... Hat nicht irgendwer hier Erzengler so zufällig? Es ist jetzt gut. Nicht immer aufs... Selbete. Alter, es ist doch nicht zu fassen. Dann muss er halt die ganze Zeit wie drauf. So, ich jetzt tausen. Zack. So. Kann ich sich ändern. So, warte. Jetzt wird... Jetzt greift er an. Sie zaubert Nitra auf sich. Und er macht so weiter. Highspeed! Also, ich kann jetzt natürlich auch irgendwas noch so einstellen. Es kann nicht sein, dass sie halt immer Aura haben. Aber das ist ja auch nicht Sinn. Und das ist ja nicht Sinn der Sache. So. Und so großartig viel kann er ja nicht. Kann ich eigentlich auch auf ihn stopp zaubern? Würde mich mal interessieren. Ja, ja. So ein bisschen Huttiger bitte. Wir haben heute noch was vor. Nee, geht leider nicht. Ach so, man könnte es natürlich jetzt auch hier mit Blitz und sowas. Das freue ich eh nicht. Das, ähm, alle drei nur noch mit Blitz zaubern. Müsste ich allerdings einmal einstellen. Oh. So geht es auch ein bisschen klar. Ich muss nur gucken. Also, ich glaube, ich heile die dann, wenn es so um die 2000 geht. Das geht aber wieder gut, ne? Oh, schon kaputt. Sehe einer an. Juhu. Und wieder mal ohne GF gemeistert. Wunderbar. Shiva, Ifrit. Sehr schön. Oh nein. Puff. Squall. Oh, sie sind alle wohl auf. Ein Glück. Willkommen zurück, Selfie. Christus, Irvine. Gut, dass ihr es geschafft habt. Und wie sieht es jetzt mit dem Garten aus? Es gab zwar einige Zwischenfälle, aber im Garten ist nichts passiert. Juhu. Wie kommt ihr eigentlich hierher? Squall, darüber reden wir später. Stimmt auch wieder. Hm. Selfie, Renoir, geht mit Selfie zum Garten. Ich werde mich hier noch etwas umschauen. Also, ich dachte, alles wäre kaputt. Ah, ein Allergin. Hm. Ja, ja, ja. Du sagtest doch eben, gut, dass ihr es geschafft habt. Ja, und? Das passt gar nicht zu dir, aber ich finde es nett. Das ist... Mir war eben danach. Was dagegen? So meinte ich das doch nicht. Du warst doch um deine Freunde besorgt, oder? So kann man es auch sehen. Ähm, Squall? Hättest du das auch... Ob ich das auch gesagt hätte, wenn du dabei gewesen wärst? Das weiß ich nicht. Du warst ja nicht dort. Oh. Woher wusstest du, dass ich das... Dass ich das nicht fragen wollte? Naja, war ja unschwer zu erraten. Das macht mich wieder glücklich. Du bist total irritierend. Jetzt übertreib mal nicht. Naja, bis dann, Squall. Ihr habt mir das Leben gerettet. War es Ihnen unangenehm? Das habe ich nicht gesagt. Aber ich sage auch nicht Danke. Wir wollen keinen Dank. Nur... Dass Sie uns verstehen. Wir sind kein Haufen von blutrösenrünstigen Killern. Aha. Ja, so... Soll ich Gespräche, was sage ich Ihnen? Ah, ich versuch's einfach. Ich weiß nicht, wie ich es Ihnen sagen soll. Aber wenn wir durch Gespräche alle Probleme lösen könnten, wären wir die Letzten, die etwas dagegen hätten. Aber man braucht sehr viel Zeit, um den anderen zu überzeugen. Erst recht, wenn sich der Gegner dagegen sträubt. Mit solchen Leuten Gespräche zu führen, erfordert sehr viel Zeit und Energie. Daher, damit Menschen wie Sie Gespräche führen können, sind auch Menschen wie wir notwendig. Es gibt viele Menschen, die für Sie kämpfen. Denken Sie immer daran. Tja, das hat Ihnen anscheinend jetzt die Hosen ausgezogen. Hallo? Ich dachte gerade... Ich gehe ganz alleine zurück. Das macht mich total glücklich. Und der Part ist um, darum sag ich's gleich. Ich speichere hier noch und schmeiß euch raus. Tschüss.